Was geht, Leute? Die Rückrunde mit KuroYuriLP. Und ich glaube, diesmal sind wir im selben Team. Wir sind im selben Team. Snoozy McPoozy. Ach, hier gibt es noch das Upgrade mit dem Wasserwerfer. Den sollte man sich natürlich auch anschauen. Das Problem ist, hier flanken die Leute. Wenn ihr jetzt so durchrushen wollt, kriegt ihr einen Wasserwerfer ins Face. Splash! Und das wollen wir natürlich nicht. So, ich werde Snoozy McMoozy hier Rückendeckung geben. Du gehst vor. Und ich deck dich mit dem Wasserwerfer. Vor allem, sie hat meine Haare als Fett bezeichnet. Das fand ich jetzt nicht so lustig. Ich habe gesagt, sie sind sehr gesättigt. Ja, ich weiß so genau, was du damit sagen wolltest. Naja, geh mal vor, ich beschütze dich schon mit dem Wasserwerfer. So, ich drücke mal auf die zwei. Und jeder, der dich absplasht, der kriegt von mir einen Wasserwerfer ins Face. Warte mal, wie weit geht denn eigentlich? Und hier ist wichtig, dass der, der als erstes feuert, als erstes feuert. team rot wird dezimiert sieben zu sieben ähnlich wie dieser das ding ist ich kann nicht leider nicht spektaten aber ich doch doch warte mal wenn ich so ein bisschen hoch ich glaube du kannst sogar von dahinten wenn leute da auf k stehen die abwerfen die mit dem wasserwerfer ja stimmt was recht das geht ja witzig gesehen es geht es geht es geht weil sie da stehen chronograph so ist das leute so ist es sind noch zwei von denen übrig einer kuro ist so broken alter kuro ist so broken die mich gerade eben gerade irgendwie ganz oft seinen team aus der wasserschlacht rausgeworfen hat ja die kids ist raus die krieg jetzt ihre revanche hier sind die drop frösche und ich würde sagen wir machen eine schnelle runde wir haben noch wir müssen hier noch wir müssen hier noch über unsere lieblings reden leute also wir müssen das hier schnell durch machen was ist dein lieblings reino gut dass du fragst es gibt so viele ich finde ja ich muss ganz ehrlich sagen seit sir richard von bling existiert bin ich so ein bisschen weg vom ramey hat train früher fand ich die rameys noch cool jetzt bin ich also team esel team rich esel kann man da durchschuten oder man kann dadurch schuten was soll der schaden oh ich bin getroffen mensch du wirst das carry ich wusste ja woher soll ich wissen dass die dadurch können das ja lächerlich du machst du schon und ihr habt noch fünf vor euch ihr habt noch von vorne gegenseitig abgeworfen sie mit musik kärn weißt du dass man sich ja auf die couch drauflegen kann wie denn ach so so über umwege ja mit so einem e-mail da kann ich mich auch auf den tisch drauflegen ich dachte es gibt mal so eine coole funktion das nicht so ich das weiß egal so jetzt jetzt müssen wir mal wirklich hier wechseln wir müssen wir haben wieder 1000 afk leute ja herzlichen dank wir müssen weiß ich nicht so richtig ich versuche dir mal rückenleckung zu geben und dann läufst du doch wieder vor ich kenne das hat das schon die ganze zeit hier gesehen ja das ist natürlich kommen die diesen da soweit und dann weiß ich nicht vorsicht nicht so weit vorne ich sehe ja wie weit ich werfen kann also können die wahrscheinlich auch nur so weit werfen oh ich glaube ich bin raus ich habe die welches wort das wurde nicht angezeigt ein geist hat mich hier raus gekickt oder was ein ganger mit seiner zunge hat mich hier raus gekickt oder was aber ich warte auf der ich warte auf der ich kann auch auf den tisch gehen ach so das meintest du mit couch jetzt verstehe ich das was man draußen die sitzen da ist dann oh gott okay jetzt kommen die ganzen afkar leute raus oh no oh no oh no oh no oh no wir können denen das nicht durchgehen lassen wir können denen das nicht durchgehen lassen ja noch sind alle karten offen noch sind alle karten auf dem tisch ähnlich wie bei deinem dann sind wir haben jetzt so richtig viel über youtube geredet und früher war alles besser mit dunkler magier und dann schwarzäugiger weißer drache und die ganzen coolen monster und dann gab es so power creep und schwarz ja der war der beste welches game hast du gespielt na die geworden wie du oh gott oh die kommen die flanken die flanken uns die flanken uns die flanken uns oh der ist einfach durchgerannt über meinen wasserdings da ah snoozy mcmoosie pass auf oh nice und weggesnackt ja weggesnackt alter chronograph wow jo das war der beste shot ever und ich habe es aufgenommen also den du eben gemacht oh snoozy snoozy snooze them snooze them snoozy wir sind wieder nur drei leute 3 gegen 3, oh my god oh nein zwei nur noch snoozy du bist die letzte rettelung 2 gegen 2 komm 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 Snoozy, Kuro Snoozy, Kuro Hier hinten sind die nicht, die sind nicht hier hinten Also die müssen umgebracht, okay, noch einer Noch einer, yes man Girl powers, let's go Snoozy, make music Engelchen und ich Ja man, Alter, wir sind die besten, ich schon wieder am dominieren In der Wasserschlacht immer als erstes Die rausgeworfen Du chillst, du kannst die ganze Zeit nur im Deckstage Stimmt, überhaupt nicht Ich hab das Sofa gewärmt Weil du so oft rausfliegst Damit du dich gleich wieder einsetzen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Egal Overseas kriegt gleich Wasser ins Fenster Oh my God Oh, der hatte mich was getroffen Der hatte mich was getroffen Sehr gut, der sieht mich gut Die Runde läuft gut, guck mal 10 zu 6 10 zu 6, das ist unser Ich flanke die von der Seite, ich flanke die von der Seite Die war Lashes, komm her mit deinem coolen Look Oh, nein Die, die, oh Die haben mich schon wieder getroffen Egal, die Magic Kuro macht es schon Oh, das wurde nochmal spannend 5 gegen 5 4 gegen 4 Kuro ist noch drinnen 3 sind noch 3 Nur noch 3 Ihr habt es fast geschafft Ihr habt es fast geschafft Jetzt 3 gegen 3 Oh, das wird spannend Oh nein, wir sind nur noch 2, Kuro Vorsicht Ich weiß gar nicht, wo die andere Person wieder ist Einer ist hier hinten Ne, du bist 1 gegen 1 Und die anderen sind auf der anderen Seite Vorsicht Die kommen jetzt zu dir Vorsicht Ja, einer weg Vorsicht, Kuro Der andere ist auf der Der ist auch weg Nur noch einer, Kuro Der Fall da, der Fall da Auf jeden Fall Oh mein Glück Ich habe gar keine Wasserbomben mehr Weil ich so viel benutzt habe Ach du Scheiße Kauf dir schnell neue Kauf dir schnell neue Ich weiß nicht, ob das unsere Seite ist So Ist nur noch der Ja, ja Oh, das ist 1 gegen 1 Oh no Kuro, pass auf Das entscheidet das ganze Game Vorsicht, Kuro Ja, jetzt rauf den Du hättest den wegsmashen können Als der den Wasserwerfer genommen hat Kuro, das ist echt spannend Ich will dich nicht nervös machen Aber Ich sehe nur diese Pfeile, die da rumtanzen Ich halte es nicht auf Ihr habt noch 50 Sekunden Holy Smurf Oh, weg Hast du es geschafft? Ja, Mann Auf Kuros Nacken Wassermünzen gefahren, Leute Wenn das nicht das beste Fiesta Online Video ever war Weiß ich auch nicht Abonniert meinen Channel Und ihren Ciao So